Salve Atuti, es ist Freitagabend, wir haben den 24. November 17.26. Ich habe heute Morgen Filme über Bayer reingestellt, den habe ich nur auf YouTube reingestellt und auf Facebook, ansonsten nirgendwo in den anderen Medien, da gab es wohl ein bisschen Gesprächsbedarf und ich hoffe, ich bin dem gerecht geworden. Und, und das ist jetzt für die Anfänger von euch gerichtet, da gibt es auch einen Link, den stelle ich auch hier unter den YouTube-Filmen rein, zu den Trading Brothers. Wenn man sich da anmeldet, das kostet nichts bis zum 31.01. Die haben eine sehr umfangreiche Bibliothek über Erklärungen zu allem Möglichen. Schaut euch das mal an, vergebt euch nichts und das bringt mit Sicherheit dem einen oder anderen was. Jetzt gehen wir zum DAX. Also das war eine Woche zum Vergessen. Nicht nur wegen der Bayer für mich, das hat mich auch Geld gekostet, aber wir haben noch nicht mal 200 Punkte Bewegung in einer Woche. Das ist also, das ist ein bisschen über einem Prozent, das ist schon armselig, das muss ich sagen. Ich hatte gedacht, vor allem vor dem Hintergrund der Amis, die tendenziell in dieser Thanksgiving-Woche ein bisschen Gas geben, dass da mehr passieren könnte oder zumindest mehr Volatilität. Aber, da bin ich gleich beim Richtigen, die Volatilität hier gesehen am VDAX New ist, das ist jetzt ungefähr eine Stunde alt, der ist bei 12,88. Das Jahrestief war bei 12,68. Und das ist ein Drei-Jahres-Low hier, dieser Bereich. Also die Volatilität ist quasi nicht vorhanden. Das ist ganz, ganz wenig. Ziemlich traurig insgesamt. Ich möchte nicht sagen, wir brauchen sowas wieder, aber mal an die 20 dürfte auch mal wieder gehen. Die Schwankungsbreite ist super gering. Was den DAX angeht, das war die Linie, die ich letzte Woche schon mal hatte. Das ist hier dieses Hoch vom 31.08. Da sind wir bei 16.044. Da sind wir jetzt noch 10 Punkte von weg. 14 Punkte, während ich den Film mache, sind wir bei 16.029. Wir haben heute noch Verfalltermin in ein paar Minuten, aber das interessiert mich nicht so. Da müssen wir drauf schauen, allerdings im Dezember. Da ist meistens ziemlich viel los. Sollte der DAX das wirklich schaffen, dann habe ich das hier als nächsten Widerstand. Das ist das große Gap vom 1.8. Da war der Schlusskurs bei 16.241. Das wäre der nächste Punkt. Da liegt auch momentan das obere Band. Es ist noch okay, überhaupt keine Frage, auch wenn der sich hier wirklich, also abmüht, ist wahrscheinlich noch ein sehr freundliches Wort. Aber nach wie vor, es gibt kein Momentum, das ist ein, ach Gott, es könnte ja sein, dass der hier drüber geht. Ich mache jetzt mal die Shorts zu. Ich habe Long Puts, gehe ich gleich nochmal drauf ein, Long Puts und auch die eine oder andere Aktienposition im Long. Aber ansonsten habe ich hier auch relativ wenig als Position. Also das ist noch in Ordnung. Das Band, das hatte ich das letzte Mal schon erwähnt, das geht weiter zusammen. Deswegen, ich rechne nach wie vor damit, dass wir mal so eine Pause hier reinkriegen von wenigstens mal 200 Punkten. Ich kann jetzt nur momentan nicht sagen, von wo die genau startet. Wir haben hier oben noch eine FIBO-Zahl, die ist bei 16.086, da ist noch so ein Widerstand. Wir sind nach wie vor sehr hoch mit 97, 68 Nesochastik und das jetzt schon über Wochen. Das ist hoch, irgendwann bricht sie, ob es will oder nicht, bricht sie. Also wir sind nach wie vor eher negativ über das MACD. Also da passiert nicht viel. Das heißt, vor diesem Hintergrund, die Technik ist sehr, sehr widersprüchlich. Ich denke schon, dass es wichtig ist, die 16.044, wenn wir die mit Schlusskurs, das ist wichtig, mit Schlusskurs überbieten, dass wir durchaus dieses Gap hier schließen können. Die statistisch gesehen positive Woche von dem Thanksgiving ist vorbei. Okay, komischerweise ist da fast gar nichts passiert und wir hängen an den Amis dran. Das ist einfach so, wir sind deren Appendix. Aber das sind jetzt für mich die wichtigen Punkte nach oben. 16.044 und dann, jetzt mache ich es wieder rein, und dann hier eben diese Bereicherung, die 16.241. Als Support habe ich, da gucke ich nicht so drauf, aber viele von euch, hier die 15.672 als 200-Tage-Linie, ich nehme es nicht ganz so hin, und die weiterhin steigende 20-Tage-Linie. Dieser Bereich von 15.575, das war der, den er dann genommen hat, um dann nochmal ein bisschen zu akzelerieren, ist auch für mich ein sehr wichtiger Support, und ich habe nach wie vor kein Problem zu glauben, dass wir da nochmal draufsetzen. Mir ist das einfach zu lang, zu viel, zu wenig Korrektur nach unten, der braucht nach wie vor diesen Imbiss, stehe ich zu. Ich habe deswegen auch die Scheine ein bisschen verändert. Bei den Calls habe ich nichts gemacht, die lasse ich so, wie sie sind. Die gucke ich mir aber wirklich erst an, wenn wir mal korrigiert haben. Ich gehe den hier oben nicht long, ich mache das nicht. Von dem Putz habe ich einen dazu genommen. Ich lasse diesen sehr, sehr hohen, der hatte letzte Woche einen Hebel von 55, sogar 65, die 16.251 lasse ich drinnen. Das kann auch eine richtige Spaßoption werden, aber man muss auch mit dem kompletten Knockout rechnen. Dann habe ich einen, der ein bisschen höher ist, bei 16.456, ein 35er Hebel, und den hier habe ich neu dazu genommen. 16.730, damit sind wir hinter dem All-Time-High im Moment ein eher, verglichen mit dem hier, vor allen Dingen mit dem, einen sehr geringen Hebel von 22. Also ich empfinde das als gering. Der Markt wird irgendwann mal korrigieren, aber ich kann echt noch nicht sagen, wann. Ich kaufe nicht mehr. Also nicht für die letzten 50 oder 100 oder von mir aus 150 Punkte. Ich mache das nicht mehr, dann soll er mir vorbeiziehen. Aber ich mache das nicht mehr. Mir ist das hier eine zu lange überkaufte Phase. Die ist ja sogar länger als die hier. Und deswegen, ich möchte den Ersker noch mal pausieren sehen. In diesem Sinne, hoch die Hände, Wochenende. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020